hallo lieben oben ohne freunde es ist soweit heute geht es nach lochthessen und thüringen erster stopp ist schloss berlepsch dort haben wir eine führung eine kleine ehrenrunde drehen wir um die burgruine harnstein diese tour hat unser janosch die beste jahreszeit gefunden herbstfelder pur so viel haben wir noch nie gesehen unsere essenspause hatten wir in bahnfried in einer schönen hafengaststätte und weiter geht es zu unserem ziel zum schloss sparenbanken schnell ein gruppenfoto als erinnerung an die ganzen rapsfelder und ein herzlichen dankeschön an alle teilnehmer schloss Untertitelung des ZDF, 2020